Jo Leute, was geht ab? Heute wieder in der Nacht unterwegs bzw. am Abend und diesmal mit 85 mm oder 35 mm. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Auf jeden Fall bin ich auf der Jagd nach Bouquets. Ich habe richtig richtig Bock darauf. Es geht los. Direkt hier die Bangers. Direkt die Bangers. Das hat richtig so irgendwie keine Ahnung. So USA Vibes oder so. Eigentlich will ich ganz woanders hin. Wir sind gleich da. Wir springen eben. Eins, zwei, drei. Schnips sind wir da wo ich euch haben wollte oder uns haben wollte. Ihr seht Autos links und rechts. Und oben fährt die Bahn. Wir müssen jetzt nur noch warten, bis eine Bahn kommt. Und dann geht es los. Das sieht cool aus mit den Leuten, ne? Jetzt. Da sollte auf jeden Fall was dabei sein. Da sollte auf jeden Fall sein, das nicht. Ich habe hier letztendlich ja noch heute über ein paar Jahre auf den ganzen Tag. Da sollte es ein paar Jahre auf dem Chat. Und dann geht es um ein paar Jahre weiter. Bis dann! Ich bin ein paar Jahre alt. Ich bin ein paar Jahre, wie ich kann. Ich bin ein paar Jahre alt. Ich habe jetzt vier Jahre alt. Bis dann ist ein paar Jahre alt. Ich bin ein paar Jahre alt. Oh. Ich glaube, ich habe genau perfekt abgedrückt. Zeig mal hier. Geil. Mega Framing. Das ist schon ziemlich nice, das Bild. Oh, ich habe ihn sogar drauf. Ach ne, doch nicht. Das ist nur ein roter Punkt. Aber trotzdem blende ich mir alle ein kurz. Monster Bouquet. Alter Monster Bouquet. Zeig nur. Oh yeah. Das erste. Seht ihr das? Derbe die Reflexion. Im Wasser. Das hat was. Oder? Was sagt ihr? Wir müssen jetzt erstmal ein Stück laufen. Ich mache es mal schnell für euch. Wir sind gleich wieder da. Beziehungsweise ich bin gleich wieder da. Da bin ich wieder. So. Jetzt geht es weiter. So. Mal gucken, ob es was geworden ist. Oh. Oh. Hier sind noch Blumen sogar. Wir haben November. Aber hier kann man wieder ein Buket zaubern. Das ist richtig nice. Das ist richtig nice. Mal sehen. Mal sehen. Das geht aber immer los. Mal sehen. Die Infektion bockt. Der war auf dem Auto. Ja Leute, ich würde sagen, das war's. Kurzes POV bei Nacht mit nur 85 Millimeter. Bockt auf jeden Fall. Schaut gerne beim nächsten Mal vorbei. Ach ja, und checkt meine Internetseite ab. Alle meine Bilder sind mit meinen Presets bearbeitet. Kostengelerntig wenig. Schaut mal gern vorbei. Link ist unten in der Videobeschreibung. Ciao!